Es ist wahrhaftig keine geringe Mühe, eine so große Summe Geldes im eigenen Haus zu hüten. Ich fürchte, wir geben einander Zeichen, um mir meine Geldbörse zu stehlen. Der Herr Appagon ist von allen Menschen der minimalmenschlichste, unter allen Sterblichen der gefühlloseste und knausrigste. Aber du heiratest ihn doch nur unter der Bedingung, dass er dich demnächst so witzig macht. Verdächtige! Hast du meinen Tipp gesehen? Wie sah er aus? Wie sah er aus? Nur der Tod kann uns trennen. Gott, das wird teuflisch versetzen auf mein Geld und als Unverschämter. Lob, Anerkennung, Wohlwollen in Worten und Freundschaft und Floskel. So viel du willst, aber Geld null. So viel du willst, falls du siehst am Whisker. So viel Du kannst. Vielen Dank.